Es gibt einen Grund, warum ich so einigermaßen geduscht vor aufgebauter Softbox mit angeschlossenem Capture Equipment sitze, wie ihr mein Gameplay seht, Super Smash Bros. Ultimate eingelegt ist. Und dieser Grund ist folgender. Das, meine Freunde, ist Iskala. Ein Pokémon, ein Geist in Super Smash Bros. Ultimate. Für mich der letzte Geist in Super Smash Bros. Ultimate, bevor ich endlich den kompletten Geisterkatalog im Spiel habe. Alle 1.336 Geister. Ihr seht es bereits links. Ich habe den Kampf eigentlich schon gewonnen. Ich habe es geschafft. Jedoch konnte ich damals den Geist nicht freischießen. Und nun habe ich eine komplette Nacht gewartet. Er ist endlich gespawnt. Jetzt hole ich ihn mir. Wie ihr seht, ich habe Link genommen, meinen Main, einigermaßen die Spirits so angepasst, dass die im Kampf gut gewappnet sind. Und, ähm, ja, gucken wir mal, wie schwierig sich der Kampf gestalten wird. Bislang ist es ein leichtes. Erdbeben. Und. Gut. Dann. Würde ich sagen. War's das. Ich gehe jetzt kein Risiko ein. Ich gehe noch weniger Risiko ein. Das gönne ich mir jetzt einfach mal. Drei. Zwo. Eins. Iskala. Und ihr seht, alle Geister im Spiel sind eingesammelt. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich werde mich jetzt für den Rest meines Lebens schlafen legen.